Die Leistung war insgesamt okay, war schwer auf dem Platz, haben uns extrem schwer getan auf dem Boden, stand tief hinten drin der Gegner und wir haben lange gebraucht, um richtig ins Spiel zu kommen, haben dann das erste Tor gemacht, sind so in der Halbzeit gegangen. Nach dem zweiten Tor, das war so der Türöffner wieder, dass es dann besser gelaufen ist, aber insgesamt haben wir schon mit dem Boden richtig Probleme gehabt und insgesamt mit dem Spiel auf dem kleinen Platz. Was sagst du zur kniffligen Situation mit der roten Karte gegen Marvin? Ja, war absolut keine rote Karte, zumindest für Marvin nicht, wurde die ganze Zeit, ich stand direkt davor, wurde quasi gewürgt, er hat sich einfach nur deine Arme fallen lassen, hat nichts gemacht, weil er wusste, er hat auch schon eine gelbe Karte. Ist natürlich eine absolute Fehlentscheidung, aber wir sind ja alle nur Menschen, deswegen muss man damit leben. Okay, danke für die Einstellung. Danke.